Die preisgekrönte Mini-Bridge realisiert die White Paper Factory im Mailroom und Office-Bereich. Das integrierte System druckt Dokumente ganz nach Bedarf in Farbe mit bis zu 150 Seiten pro Minute, transportiert diese automatisch weiter und kuvertiert sie anschließend ohne zwischengeschaltete manuelle Eingriffe. Mit der Mini-Bridge lässt sich nicht nur die Produktion vieler kleiner Aufträge optimieren, auch Reprints können vollautomatisch angestoßen werden. Die Mini-Bridge ermöglicht damit eine schnelle und zuverlässige Produktion von vollfarbig bedruckten, personalisierten Dokumenten und optional auch von Kuverts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017